Hallo und herz Willkommen zu einer neuen Folge Warframe Ich spiel alleine, Julian labert nur mit, wir warten gerade auf Luca, weil der sein Arsch nicht bewegen kann Ich spiel mit Rino, Vectis, Galatino und Dual Vasto Und nem riesen Penis im Arsch Und nem riesen Penis vorne Ja, da hättest du immer geil, whoop, fuck Warum ich das mach, das ist übrigens ne T-Auslöschung Keine Ahnung was steht am Anfang, bis der Stop drückt und zurückgucken Warum ich die mache Erstens brauche ich Credits Und zweitens, ich hab aber auch Bock den Massive Burn, wenn ich so Ja, ich brauche nebenher ein bisschen War Thunder Wer's kennt, freut euch drüber Vielleicht und ich ab und zu verfolgen, aber auch keine Ahnung Wahrscheinlich werden wir sicher Das erklärt doch dumme Gelabern hinten jetzt Und Sniper gegen ganz viele Gegner ist nicht so geil, ne? Boop Möglich, ich muss wieder Robedo fahren, ich hab keins mehr Da ist Schlimm mit drin Robedo? Ernsthaft? Joja, ich hab keine Robedo mehr Alter Ich hab's weiß, wie viele den Park gebaut hab Der ist gerade Alter Na ja, wo drauf ich meine Bombe will Warte, fuck, ich hab eine Bombe, nein Das weiß ich gar nicht, wenn Waffling dran ist, ob man zu laut ist oder nicht Na egal, will ich am Ende sehen Oh Ja, mir ist aufgefallen, gestern beim folgenden Eine Deathbase folgert keinen Sound Oh, kannst du Musik hinterlegen? Richtig schwach bei Deathbase Wow Wow, das ist so geil, Corpus Leute mit dem Sniper fertig zu machen Der Kopf ist ja groß genug, ne? Ja, erstens, kannst du die halt einfach leicht killen In dem Teil, wo ich das gerade eben gesagt hab, hab ich gerade eben vier Schüsse, keinen einzigen erwischt Das ist natürlich nicht optimal Das ist natürlich perfekt passend Aber das nennt man den, äh, Vorführeffekt Du da Und du da Recht für nix, recht für nix Get low, low, low Shit Erstmal fail Ich geh dann fast weg Uah Uah Jetzt aber Ich zieh rein, gar nichts Drei Schüsse sind Fliegepiste Egal, was ihr meint, aber bei Warthunder ist die Map Berliner Vororte als Sturzkampfbomber scheiße Also alle, die Warthunder spielen wollen, wendet euch an Julian Ich bin überlegen, ob ich's nicht ein paar Mal, paar Runden aufnehme oder so Was spricht denn dagegen? Meine Lust Ständer hast du für immer Lust Ja, Ständer ist was anderes Hat der von unten angelaufen? Der ist auch keine Anstrengung, das Eindruck zu bekommen Boom Du hältst jetzt mal den Rand Du hältst jetzt mal den Rand Ja, fuck you Flak Ist ne Auslöschung zu, Auslöschung ist Chris Ganz serv Vier Schüsse Was? Fünf, sechs Was ging denn ab? Sieben Schüsse, bis ich einen normalen gekillt hatte, weil ich irgendwie nicht gescheit getroffen habe Das ist Ubi Mit dem Sniper Hau dir normalerweise nicht ein bisschen nach viel Damage? Äh, doch normal schon, aber ich zieh mit dem Vasto irgendwie dreimal mehr Dach bloß Weil die Vasto fucking Revolver sind zufällig Ja, die sind halt krass gepusht, ich wollte einen Shooter mit alle Was sagst du? 15 Uhr wollten wir Ne Vor 25 Minuten wollten wir aufnehmen Ne, merke Man sitzt zu einem Brennenbomber mit knapp einer Tonnen Bombenlast drinne Was macht man? Gute Schuld weiterfliegen Ah, verdammt Tasten verklappt Okay Wir wurden ausgelockt Okay Und da bin ich abgestürzt Wie sieht's eigentlich jetzt mit Terraria aus? Hast du denn eine Ahnung wie das geht? Äh, ja mittlerweile, also ich hab keine Ahnung wie man connected auch zueinander Okay Ja, dann müssen wir uns nix Aber wie es geht, ähm, weiß ich nicht Dann nimmst du auf, da muss ich mich nicht so abblamieren Derraria? Ja, wenn wir es aufnehmen sollen Ja, aber ich sag dir es Fällt mir nicht so rum hier Endlich! Ja, was geht man Ey Nico, würdest du dich da auch nehmen? Ja, ich geh mal da auch Ja, ich geh mal da auch Also, fällt ja gut Okay, wir kommen da weiter Äh, zwei Minuten noch, ne? Ja, kein Problem, ich mach grad Warframe Ich zock grad noch ne Walker an dem her Ich bin ja noch ne Corsi Und ich mach gleich noch ne Pizza erstmal Ja, okay, fett Bring mir ne mit Nö, meine Ey Leute wisst ihr was, wie teuerste WG ever wär Strom- und Hinterhandrechnung mäßig Bier! Oh, ey Oh, ey Hehehe Aber sowas von Hab ich einen vergessen? Ne, 46 Feinde noch Alter, ne, Julian Was? Markus ist vorhin richtig PSN Rage gegangen, ne? Warum das? Naja, weißt du Dig Schokobaby Hä? Dig Schokobaby Mokka Baby Ja, er, Mokka Baby Ja, das Ding auch Weil er, keine Ahnung Er hat mir nie gesagt, dass ich die Witze nicht mag Und so weiter, ne? Ich setze die mir auf dem Sack hier Und ich kann nicht hell sehen Von daher So anfangen die ganzen Leute aus dem Test zu spannen Warte, 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 warte Was kurz mal Ähm Oh Nett Fuck, was heller ist im Arsch Warte, was ist denn im Arsch drinne? Nur nochmals, äh, zur Wiederholung Nein, 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 äh Ja, das würd ich auch sagen Ich hab grad ein bisschen rot gedippt Äh, äh Julian, du machst es grad nicht besser Also Ich will jetzt nicht wissen, was du genau machst Machst, wenn dir langweilig ist, aber Äh Ich will jetzt nicht sagen Aber ich hab einfach mal, äh, grad auf mein Segelflug unterwegs Mit nem Flakfeuer Scheiß Und, äh, die Triebwerke sind im Arsch Alle drei Ach, da hast du dann, ähm Hast du dann, ähm, innereien versprüht Äh Ja, ich muss sagen, der steuert sich echt gut Im Fall, der Segeltreit ist lange noch Alter, mussten denn Kann ich mach noch ein paar Abschüsse damit Ne, Markus hat dann irgendwann angefangen, alle Leute aus dem Test zu bannen, ne? Hätt ich auch gemacht Aber wie gesagt, er muss mir halt sagen, dass er die Witze nicht mag, dann kann ich auch damit aufhören Digga, kein schwarzer magst du den Mokkababy nennst Die nennen sich alle unter, die nennen sich alle gegen, ähm, zeitig Nigger Also darf ich auch noch Mokkababy nennen Ja, leider bist du nicht schwarz Aber weißt du, er lacht auch jedes Mal drüber und dann kann ich, ich kann nicht wissen, dass er die Witze nicht mag Hä, wenn er drüber lacht, dann Hä, Alter, was geht bei dir? Markus, wenn du das hörst Hi Ist'n du, dass wir den letzten Channel haben? Ja Ja Ja, ja Ja? Mhm Ach, deswegen haben wir die Witze Ah, Luca, wie was? Ähm, mir ist grad letztens so aufgefallen, bei einem Volk genannt, dass eine, äh, Blattwitz-Volk keinen Sound hat Loll Durch die, wo wir im All rumklappen Okay Dreckig? Ja, die direkt nach dem Disconnect Mach, ey Lass'n Ars synchronisieren Am Arsch, mach's synchronisieren Ich weiß, man soll das recht was reingepockt Jo, Captain, Renderfehler am Start Eindeutig ein Renderfehler Der war auch Äh, kurz auf, komm Ja, hä, wie machst du das beim Rendern dann? Weil ich hab, ich behalte die, die Originaldatei immer und guck dann nochmal nach, ob das überhaupt gescheit gerendert hat Ist euch wahngewöhlt, ne? Wär halt echt nicht schlecht, ne? Wartest auf, guckst halt erstmal, ist das überhaupt in Ordnung? Weil ich hatte bei, beim Minecraft-Rendern hatte ich auch mal voll das Problem Auf einmal war da, die Datei war halt dreimal so groß wie normal Äh, und es sieht halt genauso aus wie, keine Ahnung Hat sich halt nix verändert So wie es halt sein soll eigentlich Du hast ja eigentlich nicht gerendert? Ja, doch, ich hab's nicht gerendert Aber dann hab ich's nochmal gerendert, eben nochmal gescheit gemacht Dann hab ich's nochmal gescheit eingestellt Dann waren's halt anstatt 1 Gigabyte pro Folge, waren's halt 300 Mbitz Ernsthaft? Ja, war halt ein Ticken, Ticken weniger Geht bis zu schnell zum Hochladen, ne? Wenn ich, wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine Stunde, äh, oder zwei Stunden downloade, äh, hochlade, oder ähm, drei bis fünf Stunden, dann nehme ich auf jeden Fall drei bis fünf Stunden Was, die hat verloren? Fuck, nein! Was, die hat verloren? Fuck, nein! Oh, Huren-Attilerin, die gestärbt Ich stehe mit dem Sniper vor deiner Fresse und hau dir, schieß dem ins Gesicht, aber nein! Erst ist kein, irgendwie kein Rückstoß Na, du hauern Schutten tue ich dann doch noch Ein Gegner ist noch übrig Wollte sagen Ich find dich Shit Zu lang Warframe spielen Da ist der Ja Bruder, brrrm, da macht mir gar nichts Mein Pad hat mehr Leute getötet, als ich mit der Vectis Das ist natürlich shit Also, habt ihr's dann gleich mal? Ja, ich guck, ich kann jederzeit, äh Ich bin auch da Ja, Luca ist grad, er muss das erst machen, glaub ich Achso, er wollte Pizza noch machen, gell? Pizzaaaaa Pizza, pizza Sponch, Bob, Schwaben, komm! Keine berauschende Quest Berauschend Kapitel Du hast tausendhundert Geld Oh, Alter, das bis nicht schlecht Egal Kredits, alter Alles dann, bis zum nächsten Mal Tschüss!